Die Vögel machen zum Himmel, die Fischchen im Ozean. Die Regen hör'n ab, machen zum Garten, doch nicht mal voll gar nichts an. Die Leute, wo ich wohne, die heulen, ist ja nichts los. Für was gibt's ein solches Pferde im Gerne Telefone bloß? Hör'n uns sagen, es gibt schon seit Jahren keine guten Pappes her. Wie sagt man, haben wir zu planen, die Wüste sind geil, die heulen auch am Weisselberg. Freunde, Leute, wieder mal, so ein richtig hysterisches Fest, wie ein allererste Mal. Also, am Seidem ist so wartet. Der Tag schickt man ins Kino, am besten als Schwimmelbett. Ob in der Garage, am 10. Etage, wenn Jungs schon die Architektur. Die Nachbarn kann man nicht schnell schütteln, die Streifen kann man nicht probieren. Ob Schleifelbett zerbrechen, kann man nicht nur probieren. Alle Tage, es gibt schon seit Jahren keine guten Pappes her. Dich auf den Wunsch auf die Glasen und sie ihn zu lassen, das ist doch wirklich das Geschehen. Und zwei Jahren ist so wartet. Wir brauchen mal ne Applausel, von der Coolness und der Ewigkeit für seinen Freien bis seiner höchsten Zeit. Musik 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 Es ist eine höchste Zeit 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 Es ist eine höchste Zeit